Hi. Heute mache ich mit euch eine Rückwärtsbeuge, die sehr viel Kraft generiert. Sehr viel offene, halbe Rückwärtsbeuge. Sehr, bringt Energie in diesen unteren Bereich und drückt sich dann aus im Oben. Dafür stehen wir wieder breit. Ein paar Videos für die Beine. So. Was du jetzt machst, ist, ich öffne in dem Fall meine rechte Hüfte in den linken Arm. Das heißt, dieses kontralaterale Öffnen vom Hüfte, Oberschenkel, Arm, Schulter. Okay, ich zeige euch mal. Ferse, Knie. Ich gehe von dort aus. Ich lasse die Hüfte so weit wie möglich oben. Ich versuche, mein Brustbein zu strecken. Ich gehe mit meiner Hand Richtung der rechten Ferse, der rechte Hand, die linke Hüfte nach oben und gehe tiefer und tiefer und tiefer. Halte das. Und hoch. Andere Seite. Linke Hüfte. Ferse. Brustbein. Hoch. Tief. Knie. Hüfte bleibt. Ihr versucht so weit wie möglich, nicht die Hüfte zuzumachen. Hüfte auf. Hüfte auf. Knie tief. Brustbein. Ferse. Hand. Nach hinten oben. In die Hände. Wasser. Und gut. Wie geht das Knie erwartet.